Hallöchen und willkommen zurück zu Final Fantasy XIV. Wir sind in der Atamatogen-Gilde wie angesprochen, denn die Gefahr der Übermacht macht uns zu schaffen. Und wir müssen mit Schokobrezi reden. Oh, ich hab so Hunger geredet, als ich den Namen gesehen habe. Schauen wir mal. Was erzählst du uns? Willkommen zurück, Smooth. Es freut mich, dass du es dir zur Gewohnheit gemacht hast, nicht zu sterben. Bevor wir über deine Prüfung sprechen, möchte ich dich jedoch etwas über Schokobrezi fragen. Als ich ihn eben gesehen habe, erschien er mir irgendwie seltsam. Nun, äh, seltsamer als sonst. Weißt du vielleicht was drüber? Ja. Er hat mich bei der Prüfung unterstützt und hat Scheiße gebaut. Was? Buzi war bei deiner Prüfung dabei? Es ist außerordentlich gefährlich und dumm, sich in die Ausbildung einer Thaumaturgen einzumischen. Ich werde ihm gehörig den Marsch blasen müssen. Von diesen Unannehmlichkeiten mal abgesehen, bin ich beeindruckt von deinem Sieg im Angesicht dieser unerwarteten Entwicklung. Die Lehren des gähnenden Abgrunds haben dir offensichtlich gut getan. Mit deiner Erfahrung und Kontrolle, die du bewiesen hast, denke ich, dass du bereit bist, deinem Repertoire einen neuen Spruch hinzuzufügen. Kollaps. Wow, cool. Diese elementarneutrale Detonation ist effektiv gegen allerlei Arten von Gegnern. Ich bin mir sicher, du kannst es kaum erwarten, die Wirkungskraft dieser Zauberformel zu testen. Daher werde ich dich nun wieder deinem Training überlassen. Ich habe jetzt schon Mitleid mit der nächsten Kreatur, die sich dir in den Weg stellt. Das ist ja nice. Kollaps. Reicht 25 Yards. Schneeke. Du führst eine elementneutrale magische Attacke aus. Attacke wird 100. Oh, Zusatz-Effekt. 20% Wahrscheinlichkeit für doppelten Schaden. Auch nicht schlecht. Ja gut, der Schlägel ist jetzt nicht so prickelnd. Das Schild... Der Schild ist natürlich... Ja, kann man schon mal machen. Dann rüstungsmäßig. Oh, ja... In plus 4 ist nett. Andererseits... Ja, Crit und 4 Slots ist schon Schneeke. Entschlossenheit plus 0. Die Materie habe ich echt gut eingesetzt. Na, komm, Maus. Nicht zittern, sondern... Hm? Okay, das ist schlechter als das, was wir haben. Das ist auch schlechter. Und das hier... Auch. Na gut, es hat zwei Slots drin, aber nee. Wir nehmen die Rüstung. Danke dir. Werde ich hier äußerst gut benutzen. Kommando Collapse. Noise. Ist der mich hier schon irgendwo reingedüttelt worden? Ja, hier unten. Hm. Ja, langsam wird es hier unten auch voll. Nein, wir packen es mal auf U. Oh, Moment. Bevor wir das hier machen... Ziehen wir mal die Materie raus. Danke. Oh. Ich muss das zweimal machen? Sacra, ich dachte, der zieht einfach alles raus. Ha, dann halt nicht. Ah, das ist auch so mies. Der will mir immer diese verschissenen, verschlissenen Ohrringe andrehen. Nur will die alles ein bisschen da zupacken, aber ich will die in plus 2 haben. Und den Materie-Slot. What the fucking hell? Er sagt mir auch meine... Komm, Arsenal, geh auf. Sagt mir auch, die Rüstung ist nicht besser. Ach, wegen dem Headgear. Ach, wegen dem Headgear. Ja, komm. Dann müssen wir nur kurz hier... Ach, warte, er hat mir die da... Oh. Wir hatten die falschen Ohrringe an. Ich habe das genau andersrum gelesen. Jeez. Okay. In diese Messing-Dinger konnte ich sowieso nichts einfügen. Ja, ja, Stufe 1. Passt. Äh, wir... Packen hier mal ein paar... Was? Ah, ich hasse das. Ah, na gut. Egal, egal, egal. Wir setzen hier auf jeden Fall irgendeine Materie ein. Zaubertempo wäre hier nicht verkehrt. Bup. Hm. Ja, und der Rest ist eigentlich fast egal. Komm, dann setzen wir einfach noch... Ja, irgendwas ein. Hauptsache... Es steckt eben was drin. Mein Hund tapst auch rum wie behindert. Ach, das macht Entschlossenheit 0. Ja, gut. Das liegt eben hier. Da muss man unten auch immer schauen. Das ist so ein bisschen nervig. Entschlossenheit 0 von 1. Da passt das rein. Okay. Hätten wir das? Hm. Wie schaut's mit der nächsten Tarmaturken-Quest aus? Hey, Buki. Ah, nee. Hm, hm, hm. Smooth. Noch in einem Stück und sprudeln vor Erkan Kräften, wie ich sehe. Das ist gut zu wissen, denn in letzter Zeit treibt eine Bande von Ätherdieben ihr Unwesen in Tanadan. Und die gehen leider nicht besonders zimperlich vor. Statt Fiolen zu rauben, setzen sie nämlich direkt an der Quelle an und saugen ihren Opfern den Äther aus den Körpern. Was für die Überfallenen leider bislang immer mit dem Tod endete. Für uns ist das besonders prekär, denn bislang hat es ausschließlich Tarmaturken getroffen. Deshalb bin ich sehr froh, dich unversehrt zu sehen. Und ich spüre, dass du wieder einen beachtlichen Fortschritt auf den Faden der dunklen Magie gemacht hast. Ausgezeichnet, dann bist du vermutlich reif für die nächste Lektion aus dem gähnen Abgrund. Und Kokoboha wird dich heute alles über die Gefahr der Umzinglung lehren. Viel Erfolg. Das hört sich aber fast so an, als wäre Kokobusi damit... Ja. Als wäre Kokobusi der Böse. Wahrscheinlich ist diese Entität, die in ihn eingedrungen ist, die wird ihm sagen, Hey, wenn du Tarmaturken aussaugst, dann kriegst du ihre Kraft. Hundertprozentig. Er ist ja auch cool, ne? Voll krasser Löwe. Und das Klacker, das ist mein Hund. Haha, smooth. Was lange werden wird, endlich gut, hm? Heute bin ich an der Reihe. Und ich kann dir versprechen, dass sich die Warterei gelohnt hat. Aber ich will dich gar nicht lange auf die Folter spannen. Also. Die Gefahr der Umzinglung. Gepriesen sei die Macht der Tarmaturgie, der schönsten aller Künste. Wie Peitschen zimmeln ihre Flammen, wie Dolche bohrt sich ihr Eis durch die Herzen des Feindes und wie Tänzer zucken ihre Blitze vom Himmel. Doch wehe, wenn der Tarmaturk im Kreis seiner Feinde sich findet. Erschlafft sind die Peitschen und die Dolche stumpf und die Tänzer winden sich am Boden. Kenne diese Gefahr und strebe nach Luft zum Atmen. Will heißen? Sei immer auf der Hut, dass dich eine Gegnergruppe nicht in die Echzange nimmt. Denn dann ist der Zauber ganz schnell aus. Ich vermute ja fast, dass diese Ätherdiebe auf genau diese Art vorgehen. Kein Wunder, dass Tarmaturken hier in letzter Zeit draufgehen wie Mistfliegen in den Mägen hungriger Molche. Deshalb, meine Liebe, sollst du dieses Mal lernen, im Verbund mit anderen zu kämpfen. Als Lokdodo- Äh, Ermittlerin in unserer Sache könnten wir dich da draußen nämlich gut gebrauchen. Und ich bin genau der Richtige, um smooth beizustehen, Boha. Oh, guck, Busi. Lass mich an ihrer Seite kämpfen und den Verbrechern das Handwerk legen. Ich habe erfahren, dass an Nofikas Brunnen Leichen von Tarmaturken entdeckt worden sind, die vermutlich die letzten Opfer der Ätherdiebe waren. Wenn wir uns direkt auf den Weg machen, stoßen wir vielleicht auf eine heiße Spur. Oh, hallo, Busi. Das ist ja ein nett gemeintes Angebot, aber ich fürchte, dieses Mal übersteigt die Sache deine Fähigkeiten um ein Vielfaches. Und ich habe keine Lust, dir das nächste Mal im Leichenschauhaus zu begegnen, klar. Keine Sorge, ich habe einen ziemlich schlagkräftigen Gladiator kennengelernt. Der würde smoothen und mir Rückendeckung geben. Was du nicht sagst, so tritt wärt ihr vermutlich wirklich in der Lage, euch aus den Klauen der Umzingelung zu winden. Hast du gehört, Svob? Ich warte an der Hütte in der Nähe von Nofikas Brunnen auf dich und beeile dich, bevor es sich meinen Bruder wieder anders überlegt. Hehehe. Er lockt uns in die Falle, ha? Kokobusi? Ja, das gefällt dir nicht, gell? Nofikas Brunnen? Wo ist das denn? Mach einfach hier raus. Ja, das machen wir schnell. Und ich muss bis zur nächsten Folge mal gucken, dass ich meine Maus etwas nicht repariere, aber dass sie mal hier wieder so ein bisschen glatter läuft. Ich weiß nämlich ganz genau, woran das liegt. Denn kaum ist der Hund wieder zu Hause, fliegen seine Haare überall rum. Und wenn dann ein kleines Härchen unten am optischen Sensor von der Maus ist, kann das echt nervig sein. Denn wie man hört, Hundi-Wautz ist ziemlich, ja, nennen wir es mal, in Anführungszeichen agil. Er straks immer von einem Raum in den anderen, guckt, was ich mache, denkt sich, ach, okay, der Langweiler spielt nur, gehe ich wieder zurück auf die Couch. Also nicht auf die richtige Couch, sondern nur auf seinen kleinen Abschnitt, den er hat. Aber dadurch webelt er halt auch alle möglichen kleinen Härchen hoch. Aber bei, so ist es halt mit einem Hund. Außer natürlich, wenn ich irgendwann in Zukunft, oh, warte, ich glaube, wir müssen hier über die Brücke drüber, wenn ich irgendwann in Zukunft, dann den, das hört sich jetzt blöd an, meinen nächsten Hund habe, das, ja, das hört sich, das hört sich falsch an. Aber, also ich hoffe, es dauert noch echt lange, aber irgendwann, irgendwann wird Charlie leider nicht mehr sein. Ich will gar nicht dran denken. Aber ich weiß schon, ich werde einen Hund wieder haben und ich weiß auch schon, welche Rasse. Diesmal wird es wirklich ein Rassehund. Nicht wie Charlie, der ist ja ein sehr süßer Mischling. Das nächste wird ein peruanischer Nackthund. Die ist so süß. Wow. Ach halt, wir können ja wieder Gas geben. Ah, hallo. Kräftiger Gladiator. Ja, die wirklichen Gladiator. Ich habe gemeint, der meint seine, das, was er aufgenommen hat. Ah, da bist du ja smooth ausgezeichnet. Der Gladiator, von dem ich sprach, ist diese stattliche Rokadin hier neben mir. Nicht die schlechteste Lebensversicherung. Die Leichen der Taumaturken liegen im Flusslauf unter der Brücke. Sie sind ziemlich übel zugerichtet und ich werde immer ohnmächtig, wenn ich Blut sehe. Könntest du die Spurensuche übernehmen? Das wäre wirklich nett von dir. Der lockt uns hier in den Hinterhalt und er soll uns umhauen, ja? Hundertprozentig. Hundertprozentig. Busi, ich merke das doch. Na, Kröte, alles klar bei dir? Die Leiche sieht sehr stein an. Ach halt. Oh. Der Arme. Okay, dann haben wir hier was. Und hier. Bestimmt kommt das Beweis raus. Von der Gladiatorenwaffe umgenietet. Und dann. Die Hinterlassenschaften. Alter, das hier hat sich auch anders. Hätten die da hingeschissen. Zeigen. Okay. Haben wir durch die Kröte laufen? Nice. Kack, Fade. Kann man das irgendwie ausstellen? Das nervt manchmal. Hey. Und, hast du Indizien gefunden, die uns weiterhelfen können? Blutiges Zepter. Zep... Okay. Hier, guck mal. Extra neu ist er für dich. Das Blut, oh weia. Jetzt wird mir schon wieder schwindelig. Ist ja fast noch warm. Die Täter können nicht besonders weit gekommen sein. Das ist unsere Chance. Das ist gruselig. Ich hab's. Kehre am besten noch einmal an den Ort des Geschehens zurück. Vielleicht lockt deine Magie die Übeltette an. Und dann schnappen wir sie uns. Ah. Forde. Surik. Forde. Und wieder Surik. Na gut. Dann warten wir mal, dass Kokobusi uns überfällt, oder? Oh, vielleicht weiß er ja gar nicht, dass er das ist. Kampf beginnt. Stufe 24. Ja. Ich bitte darum. Oh, Seelenfänger eben. Das ist gar nicht Kokobusi. Habe ich ihm Unrecht getan? Vielleicht. Vielleicht sollten wir auch ein bisschen weiter weg gehen. Dann bin ich das, äh, die, die Agroziehen. Was ist das denn? Blind. Oh. Na klar, der Auto macht aber auch keinen guten Job hier, den bei sich zu behalten. Einen Scheißjob macht der damit. Aber immerhin hat der ja die gewöhnlichen Ims hier hinten dran bei sich jetzt. Ah. Dauert nur noch ein klein bisschen. Ah, der stirbt am Blitz. Lass uns das mal ausprobieren. Kollaps. Wie sieht das aus? Äh. Wie sieht das aus? Oh. Sehr unspektakulär. Ich dachte, das ist jetzt so ein richtig fetter, fetter Move, aber nein. 25 Yards sind wahrscheinlich nicht so viel. Aber ich dachte, Yards sind... Ich dachte, drei Fuß sind ein Yard und... Ein Fuß sind 30 Zentimeter. Das müssen doch hier fast 25 Meter sein. Das ist aber ein bisschen viel, ne? Reicht 25... Ach, Radius 0. Ach. Okay, ich habe Radius und Reichweite verwechselt. Ja, das war eine gute Trainingsrunde. Ich hole mir da mal meine Belohnung. Bis dennne. Ja, macht's gut. Dann waren das wirklich Ims und nicht er. Das ist ja krass. Oh, halt, warte. Wir müssen hier in die Richtung zurück. Zurück zu Schuko-Schmuzi. Bopp. Easy. Nee, komm. Ich hüpfe jetzt hier rüber. Dieses scheiß Fate-Event geht nur im Sack. Hey. Wie du mit dem Gladiator Hand in Hand gearbeitet hast. Ach, Teams hatten nicht den Hauch einer Chance. Euch in die Zange zu nehmen. Ha, mein Bruder wird stolz auf dich sein. Es gibt nur einen Wermutstropfen. Einer der Ims ist euch entwischt. Wir dürfen ihn auf keinen Fall entkommen lassen. Kokoboha würde uns das bis in alle Ewigkeit nachtragen und ich habe schon genug unter dem Sport meiner Brüder zu leiden. Der Gladiator ist leider direkt abgehauen, nachdem er seinen Sollte halten hat. Aber mit einem mickrigen Imp wird eine talentierte Taberturgin wie du sicher auch spielend alleine fertig, oder? Der flüchtige Verbrecher hat sich in eine schattige Felsennische auf der anderen Seite des Fußes verkrochen. Ich hab's genau gesehen. Wenn du ihn dort in die Enge treibst, gibt's keinen Ausblick mehr für ihn. Und wieder zurück. Gosh. Ständig hin und her. Oh. Kommen wir da drüben hoch? Oh, no. Oh, no. Crap. Müsste ich jetzt echt da nach oben und... Oh, jeez. Das hätten sie sich auch sparen können, dass man da nochmal komplett nach oben langlatschen muss. Fuck. Wahrscheinlich sehe ich jetzt, wenn ich drüben bin, irgendwas anderes, wo man hätte hinlaufen können. Oh. Horizontblick, ja. Das freut mich, dass man hier den Horizont angucken kann. What the fuck, ey. Ah, was macht man nicht alles für die Taberturgen? Ah, meine Maus. Jeez. Dieses Ruckeln hier, links und rechts, das liegt... Moment. Diese Hundehörer, das ist der Wahnsinn, wo die überall hinkommen. Ich frag mich jedes Mal. So. Wie die... ...in diesen optischen Lise-Dingsbunds von der Maus reinkommen. Schlimm. Oh, warte mal. Oh, das ist die falsche Quest gewesen. Äh, was soll ich bei dir abgeben? Das Mischlingsblut? Oh, kacke. Tag auch. Kann ich was für dich tun? Hier, Mischlingsblut. Oh, hast du mir Mischlingsblut gebracht? Ausgezeichnet. Jetzt brauche ich mir für den Rückweg nach Horizont keine Sorgen mehr zu machen. Wenn man das Zeug verbrennt, der Zeug ist nämlich ein Gestank, mit dem man sich die lästigen Mischlinge hier in der Gegend prima von Leib halten kann. Die können sich anscheinend selbst nicht riechen. Hehe, diesen Obstand machen wir Messing-Klingen uns in Horizont und auch auf Reisen zunutze. Mir sind nur diesmal leider meine Blutverrette etwas zu früh ausgegangen, weil ich vorsichtshalber jeden Tag die doppelte Menge verbrannt habe. Die Mischlinge haben mich nämlich immer so misstrauisch beäugt. Ach, zum Glück ist es auf... Tschetsches an Verlass. Ja, gut, dann... Ja, das hat sich ja echt gut gelohnt. Scheiße. Die schattige Stelle ist... ...ja, trotzdem hier oben. Na gut. Dann ist es ja gar nicht so schlecht, dass wir da über die Brücke gelatscht sind. So, einfach nur hier geradeaus. Und dann lassen wir die Gute mal laufen. Moment, muss ich da runter springen? Ja, das ist so ein Überhang. Oh. Wow, ich dachte, wir fallen da schon in den Fluss. Ja, das ist unten drunter. Okay. Oh, sterben wir? Das sieht sehr hoch aus. Fuck. Hab ich mich umsonst aufgeregt, ne? Wir könnten versuchen, auf den Felsen da unten zu fallen. Oh Gott. Oh, ha, ha, ha. Und das hat mir schon wieder... Oh, dieses ekelhafte Gefühl gegeben. Oh, leck mich. Schattige Stelle. Da kommt bestimmt voller, heftiger Monster im Boss aus. Oh, oh. Busy. Busy. Wusste ich's doch. Danke, Busy. Keine Angst. Das da ist nicht Kokobusi, sondern diese elende Nichtsgesandte, die aus der Urne in den Körper meines Bruders gefahren ist. Ja. Ich weiß. Ich weiß. Aha, Messerschaft kombiniert. Du trägst den Titel eines gelten Meisters nicht umsonst, wie es scheint. Dein Bruder hingegen ist als Ätherwirt vollkommen unbrauchbar, ganz im Gegensatz zu jener aufstrebenden Taumaturgin hier, nach deren Akan Kräften ich mich seit unserem ersten Treffen verzehrt habe. Und verzehren darfst du dich weiterhin, denn dein Spiel ist aus hier. Ich lasse nicht zu, dass du weiterhin Mordes und Schande über meine Familie bringst. Das sind hehre Worte, doch mich dünkt, du wirst ihnen keine Taten folgen lassen. Warum sonst hast du gerade nicht auf mich, sondern das Messer gezielt? Ein mächtiger Taumaturk wie du hätte mich mit einem seiner Zauber auslöschen können. Doch du fürchtest, dass mit mir auch dein Bruder draufgeht. Habe ich recht? Hihihi. Fuck. Jo, gruselig. Haha, deine Fürsorge ehrt mich, großer Bruder. Für heute muss ich unsere Familienzusammenkunft leider beenden, aber sei unbesorgt. Ich werde dein kleines Brüderchen zum mächtigsten Magier dieses Planeten machen. Hahaha. Er hat mir nämlich verraten, dass er sich mit dir messen möchte. Bukilein. Den Wunsch will ich ihm natürlich nicht abschlagen. Pfff. Hehehe. Fuck. Ich hatte es in der Hand. Ich habe Schande über unsere Gilde gebracht. Doch das soll nicht deine Sorge sein, Smooth. Du hast dein Training erfolgreich beendet. Coco Boa wird diese Kunde sicher mit Freude zur Kenntnis nehmen. Ich werde mich für eine Weile zurückziehen und forschen, wie ich diese scheiß Entität aus meinem Bruder rauskriege. Geht klar. Viel Erfolg. Na gut, dann zurück nach Coco Boa. Bäm. Ein Altkreuzrum. Unser Altkreuzgang. Danke. Ja. Sehr nice. Ach ja, falls sich jemand gewundert hat, warum ich 75.000 GIL habe. Ich habe ein paar Sachen auf dem Markt verkauft. Nicht schlecht. Okay. Die nächste Quest dürften wir eigentlich auch gleich machen können. Das war, glaube ich, die 20er Quest für die Tarmaturgen, die ich gerade gemacht habe. Ah. Ich will immer sprinten. Und die 25er könnten wir dann normalerweise auch gleich machen. Hey, Chocobo. Na, willkommen zurück, Smooth. Ich habe von Buzi gehört, dass der Rädelsführer der Diebe zwar entkommen konnte, eure Aktion ansonsten aber ein voller Erfolg war. Von Buzi. Oh. Und du dich im Zusammenspiel mit dem Gladiator prima geschlagen hast. Buzi ist zwar eine Null am Zepter, aber auf sein Wort ist Verlass. Oh. Die Prüfung Gefahr der Umzingelung hättest du also bestanden und damit den Boden des gähnenden Abgrunds erreicht. Herzlichen Glückwunsch und willkommen im Kreis der fortgeschrittenen Tarmaturgen. Nice. Naja, eigentlich gibt es noch eine Zusatzselektion, aber Buki meinte, die könnten wir uns ruhig sparen. Ich habe sie schließlich auch nicht über mich ergehen lassen. Bin ja nicht lebensmüde. Haha, also dann, man sieht sich. Ich will die aber. Hm. Müssen wir erst noch mit Buki quatschen. Danke, dass du Stillschweigen bewahrt hast. Meine Brüder wissen noch nichts von der Sache. Erst muss ich entscheiden, wie wir vorgehen sollen. Ich hätte an Lufikas Brunnen nicht zögern dürfen. Dann wäre das Problem jetzt auf der Welt geschafft. Doch Reue bringt uns auch nicht weiter. Diese Nichtsgesandte, Momo, plant bestimmt schon ihre nächsten Schritte. Ach Gott, wie süß. Für eine Weile wird sie sich vermutlich zurückziehen, um uns in Sicherheit zu wiegen. Doch irgendwann schlägt sie wieder zu, das steht fest. Also müssen wir wachsam bleiben. Ich werde die kurze Verschnaufpause nutzen, um mir einen Plan zurechtzulegen. Du kannst dir sicher sein, dass ich vor meiner Verantwortung nicht davonlaufen werde. Sehr schön. Okay, das ist immer das neue rechts. Ja. Das ist schlechter als das, was wir haben. Das ist schlechter als das, was wir haben. Das ist identisch mit dem, was wir haben. Aber die Farbe ist cooler. Und das ist schlechter als... Na, warte mal. Ja doch, es ist schlechter als das, was wir haben. Ah, nur wegen der Farbe? Ja, nee. Wupp, wupp. Level up. Bringt eure Toten raus. Jupp. Stufe 30. Sehr nice. Okay, Zusatzquest. Das Licht am Boden des Abgrunds. Ja, hört sich doch gut an. Kokobiku würde gern etwas mit dir bereden. Du weißt von dem Vorfall mit Kokobusi, oder? Buki hat uns mittlerweile ebenfalls eingeweiht. Eine schlimme Sache ist das. Wir müssen unseren Bruder umgehen, finden und... Naja, den nötigen... Was war das denn? Das hört sich seltsam an. Und die nötigen Maßnahmen ergreifen. Nur Buki druckst schon eine ganze Weile rum. Dabei ist er sonst immer so besonder und zielstrebig. Das passt irgendwie gar nicht zu ihm. Vor uns will er leider nicht so recht mit der Sprache rausrücken. Könntest du ihn vielleicht mal auf den Zahn fühlen? Ja. Ey, Buki. Was Sache hier. Ah, smooth. Da bist du ja wieder. Hm, naja, wie ich sehe, hast du abermals einen gewaltigen Sprung auf der Arkan Karriereleiter gemacht. Ja. Sehr schön, dann darf sich wenigstens einer von uns über Fortschritte freuen. Ich bin in Sache mit der Nichtsgesandten nämlich immer noch keinen Schritt weiter. Wenn ich wenigstens Rat von außen einholen könnte, aber das dürfen wir leider nicht riskieren. Es wäre wohl nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Forderungen laut würden, Kokobusi zu vernichten, um die Nichtsgesandte loszuwerden. Denn genauso würde jeder Tama Turk vorgehen, der die Lehren des Gennon-Abgrunds verinnerlicht hat. Einen schwachen Hoffnungsschimmer sehe ich allerdings noch am Boden des Abgrunds Glimm. Die Geisterforscher, die uns mit der Zerstörung der Urne beauftragt hatten, sind von ihrer Forschungsreise zurückgekehrt. Angeblich haben sie ihre Erkenntnisse in Abhandlungen über Mormo zusammengefasst und da würde ich liebend gern mal einen Blick drauf werfen. Hast du eventuell Zeit, den Forschern einen Besuch abzustatten? Sie sollen sich momentan in Camp Knochenbleich aufhalten. Auf jeden Fall! Auf jeden Fall machen wir das. Ja, hier, das ist das richtige Camp. Und zwar machen wir das natürlich in der nächsten Folge. Aber ich bin schon froh, dass wir da so einen guten Schritt in Richtung Taumaturken-Hauptquest ähm, ja, weitergemacht haben. Oh. Hier müssen wir auf jeden Fall hin. Wie gesagt, machen wir das in der nächsten Folge. Also, macht's gut! Bis dann! Wir sagen tschau. Kleiner Duller Hen und ich. Hehe, macht's gut.